gut geht es weiter ach die erste train gesetzt dann machen die das dann nicht mehr quasi ja die ganz oben die eine also die setzen das hin und tun ja dann produzieren die gerade die teile oder nee oder was machen die denn jetzt doch machen die na die fliegen das nur also es gibt eine produktion dafür und von der produktion aus fliegen die das dahin sobald nicht mehr weil da keine batterien sind aber erst eingestellt dass die das genau machen oder weil das in einem systeme drin ist ja meistens ein system ist ein bisschen an dir ach nee da ist gar keine anbieterkiste also wenn da jetzt eine anbieterkiste ist dann erkennt eben dass da welche drin sind und fliegen dahin und die welche brauchen was macht jetzt die passive anbieterkiste das ist die ich frage mich jetzt nicht was die aktive ja was macht denn gerade da jetzt üben zum beispiel der roboter welche ja nix macht er der macht er will sich hier batterien holen die werden dann die kommen kommen die mal die akkumulationen jetzt holen da kommt gerade noch ein bisschen langsam und wie protestieren wir die roboter da das haben ein paar mehr sind da muss man noch verantworten kohle mach gleich noch ein bisschen was eben noch diese elektro bauteile ein elektromotor bauteile sachen gern batterien noch energy e simptisch oh und langsam knapp wo jetzt selbst das war schon bespeed 200 dass vorher die akkus müssen sich aufladen die produktion die ist ganz schön die produktion ist so wie immer aber die akkus laden sich auf müssen die aber die die drei wo ich jetzt gerade steht die sind ja noch gar nicht aufgeladen obwohl die eigentlich im system sind oder weil die sind ja von einem umspannwerk mit einbeschlossen habe ich verbunden ja mit was denn noch müsste hier noch ein umspannwerk sein glaube ich mache es mal so einfach jetzt geht es umspannwerk gegenseitig verbinden sich eben daneben nicht mehr irgendwo mal einen kleineren abstand lassen und hier haben wir jetzt auch einmal aufgeladen da dauert ein bisschen lange aber dazu wenig produziert oder ist das zu wenig das sind so wenig bauroboter sieht es jetzt aus wenn das strom produktion hören wir noch so ganz schön niedrig da müssen wir mal jetzt ein feines batterien produzieren ich glaube es waren ganz schön wenig mal schauen wie die hier drüben aussehen also welche machen und da kann ich ganz weich gehen wenn wir es aber hier noch reinkötschen Das ist ein Eisen. So viel Zeug. Na gut, da drüben klappt das schon. Ich weiß nicht wie wir das machen können. Ich will mal schauen wie die Auslastung beim forschen ist. Kommt hinten gar nicht mehr an. Weißt du was wir dann für Ressourcen übrig hätten, wenn wir nicht mehr forschen müssen? Ich will dann wieder frei wäre. Ja schön. Das dauert dann noch ewig. Das müssen wir alles mal erforscht haben. Das dauert noch ein bisschen. Ne, vorne könnte es irgendwann mal knapp werden mit der Produktion von dem Eisen. Ja. Da ist nicht wieder ein paar leer geworden. Also einer war gerade leer. Ja. Boom. Mal schauen. Huch. Rechts gedrückt. Rechtsklick gedrückt. Habe sowas gewohnt gegangen. Na gut. So, wir haben noch ein paar Repuls. So. Noch einer? Da brauchen wir dafür nicht die ganzen komischen Sachen. Da brauchen wir nur Schildersäule und Eisen und Kupfer. Aber Schwefersäule, haben wir da so viel? Ja. Und wo ist jetzt die Produktion? So zwischendrin. Und was macht jetzt die? Warum fordert die Anforderungskiste? Achso wegen Eisen. Ah ok. Und wie weit ist jetzt die Reichweite? Passive Anforderungskiste? Auf die Hangar. Dem auf das Hangar. Mit der Maus. Ah klar. Da siehst du den orangenen Bereich. Haben wir hier echt noch irgendein Kupfer übrig? Das sieht Kupfer? Eigentlich nicht. Da müssen wir noch Kupfer in die Kiste füllen. Ja hier oben. Achso. Habe ich hab's dann begrenzt. Also irgendwann holt's nicht ganz mehr. Mal ganz kurz gucken, wie hier überhaupt noch übrig ist. Wenn du noch so wenig Kupfer hier ankommst. Wird nicht viel mehr. Hm. Ja. Ja. Allerdings reicht das noch. Also es reicht schon. Noch gleich voll. Montage Maschine. So. Ein paar blaue. Los geworden. Eins, zwei, drei. Hast du grad was gehört? Ich bin grad selber am Donner mit meinen Granaten, hab's keine Ahnung. Man hört aber relativ wenig, dann eigentlich das Mikro noch am Ende. Ah, Platz recht. Locker. Eins, zwei, drei. Doch zu eins, zwei drüben. Hm. Ich produziere mal noch ein bisschen mehr Blau. War nur die Hälfte ausgelastet. Keine Forschungseinrichtungen. Da brauche ich aber noch ein paar Verteiler. So weit hinten. Habe ich noch ein paar Module? Ja, zu wenig. Ach, doch. Gibt's eigentlich mit dem Eisen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wo du guckst. Das hab ich gehört. Ohoho. Schrecklich. Ich muss grad ein bisschen das Fenster aufmachen. Ich bin schon warm hier dran. Ach, alles braucht hier wieder Strom. Was? Was? Ja. Oh. Grün kommt gar nicht mehr an. Okay, jetzt wird's wirklich zu wenig Kupfer. Wie nah ist denn das bei dir? Direkt über mir. Mhm. In unserem Hof. Da gibt's nen Aufschluss. Und ähm, eigentlich soll der Wasser abhalten, ne? Also, reinsaugen sag ich mal, ne? Mhm. Bei dem kommt's einfach wieder raus. Coolt grad Wasser raus. Toll. Mhm. Ja. Erregt's halt bei dir das jetzt auch so krass wie bei mir. Vor uns. Ja, warte. Mhm. 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 Wir haben da keinen Platz mehr zu produzieren. Wie kann man das eigentlich nach hinten? Da kann man locker produzieren. Hier können wir locker produzieren. Ja da aber. Ja da aber. Ich dachte so. Wie meinst du da oben? Ne. Ich mein hier. Da kann man noch nutzen. Ja da erstmal zwei. Ich glaub das. Wir haben halt doch vier. Hahaha. Alter. Hahaha. Immer dann wenn ich setzen will. Ja. Mach's genau das was ich grad machen will. Mach's genau das was ich grad machen will. Ja. Hast du da noch ein paar rote? Greif auch mal. Mhm. So rote. Nö ich hab gar nix. Ich muss. Das werde ich produzieren. Ich bin grad noch am Effizienzmodul produzieren. Ja warte schon. Ich will eisen. Reicht da eigentlich einer pro? Ich glaub produziert das zu schnell. Reicht. Na gut es wird zumindest ne mehr. Sollte eigentlich. Aber auch nicht viel weniger. Na gut. Müsste es wieder reichen. Doch. Langsam muss es wieder nehmen. Warte schon mal andere raus. Gibt es eigentlich nur rüber? Reicht das? Ja wenn man andere rauszuhört reicht das. Ach ich weiß warum das so wenig Kupfer geworden ist. Weil das ja eh nicht in die Kiste geht ja. Na. Die nimmt aber alles mehr. Danke. Ach und da vorne wird auch noch ein bisschen was abgezweigt. Na gut. Geburffizienz hier. Yay. Das kann die Modulstation. Das ist dann das Ding ne? Ja. Das wird jetzt erforscht. Ja. Oder zumindest. Na gut wenn es direkt schon mit ermöglicht dasteht dann müsste es ja dann gehen. Mhm. Okay gut. Wunderbar. Ich geh erstmal kurz aufs Klo. Danach gehts weiter. Ja. Ja.